Wird ihm der Sieg über seinen Rivalen nun zum Verhängnis? Er hat es geschafft. Giovanni Zarella schnappte sich die große Jubiläumssche 50 Jahre Roland Kaiser. Damit stellte er seinen Freund Florian Silbereisen aufs Abstellgleis. Wieder einmal. Von wegen, wir sind Kumpel und keine Konkurrenten. Im Duell der Schlager schon maßte ein klarer Sieg des Italisch-Muse-Sängers über seinen Rivalen. Doch der neue Kuh von Giovanni dürfte nicht nur auf Begeisterung stoßen. Denn aufgezeichnet wird die Show Mitte Dezember in der Baden Arena in Offenburg, also in der Vorweihnachtszeit. Die Tage, die eigentlich der Familie gehören. Was wohl Giovannis Frau Gianna Ina sie hat auch noch am 12. Dezember, Geburtstag, dazu sagt? Und wie finden seine Kinder es, dass Papa arbeiten muss, obwohl sie lieber mit ihm Geschenke kaufen würden? Ausgerechnet im Advent ist er von der Familie getrennt. Da liegen Stress und Ärger in der Luft. Zemal Gianna Ina gerade ein überraschendes Geständnis machte. Je älter ich werde, desto mehr Momente habe ich, in denen ich eifersüchtig bin, offenbarte sie. Das geht so weit, dass sie ihrem Giovanni über die Schulter schaut, um auf sein Hände zu schielen. Dann frage ich schon mal, was ist das denn für eine Telefonnummer, Schatz? Und bei der Jubiläumsche wird es nicht nur eine hübsche Frau geben. Der Triumph über Florian, es stürzt Giovanni ins Unglück. Und beschert an Weihnachten vermutlich keine so friedliche Zeit.